jo leute herzlich willkommen zurück zum let's play minecraft und zwar haben wir letzte folge hier diese schöne fläche gemacht hier obwohl ich muss noch zu machen aber ich habe ich gerade mein schönes zuckerrohr fällt oder farm obwohl jetzt die frage bevor ich hier das zu baue will ich noch das wasser hier raus haben ja das kann ich ja eigentlich hier schon machen dann schlachten wir erst mal die kuh das tut mir furchtbar leid aber ich bin ja nicht ich will ja eigentlich keine tiere töten aber um zu überleben müssen wir leider und zwar bei der letzten folge ja genau haben wir hier diese ganze fläche gemacht wie ihr ja in der letzten folge gesehen habt und ja ich bin immer noch man sieht gerade alter dieser xp verwirrt mich ein bisschen gerade wir sind immer noch man sieht dabei obwohl ich das nicht machen wollte weil ich die ganze zeit nahe dran gedacht habe wegen dem zuckerrohr fahren dass ich die nicht abbauen wollen will ja man braucht ja wasser dafür und habe ich mir gedacht ja ich habe jetzt die zeit kein eimer und da ich ja da wir das bei der vorletzten folge glaube ich war das sogar das alles verloren haben müssen wir ja alles wieder an eisen farmen die wir letztens bekommen haben neu farmen und das ist ein bisschen ärgerlich ja schon aber jetzt bin ich gerade am überlegen ob wir in der mine suchen oder er ich denke er in der mine es wäre am besten aber erst mal mache ich noch kurz das loch zu und dann suchen wir nach einer mine wir müssen uns auch noch gut ausrüsten also eisen spitzer kam wir ja schon aber zur sicherheit brauche ich auch eine holz spitz in den erscheinen stein spitzhacke weil oder wir holen einfach die crafting table mit wo wir ja genug holzern haben ja wie es sich so ergibt auf jeden fall nicht wenn die eisen spitzhacke kaputt geht und wir stehen einfach unterm rum und glauben kloppen mit der faust drauf rum das ist auch jetzt nicht so diese der sind der sache so so was wir am besten brauchen wäre ein bisschen erde so ungefähr 20 stück reichen herr holstaufe ich mir ein bisschen zu viel gemacht so haben wir überhaupt steine nein haben wir auch nicht er kommen wir mal holz mit können würden die schmier mal ein bisschen mehr machen statt so man ist nicht da nicht was brauchen wir denn noch kommen wir erst mal du siehst mich einfach nicht ja gehen wir mal davon aus dass du mich gar nicht siehst so ja ne eine reich kommt was soll das so ach so jetzt so eins schon mal und ein paar fackeln müssen die stöcke schon wieder so zack ähm ja dann brauchen wir halt die kohle nicht mehr und die stöcke brauchen wir auch nicht mehr das auch nicht ach komm machen wir das noch noch kurz zu knochenmehl ach fuck so ähm ja gut ne wir haben jetzt nichts zu essen ah warte mal ne das brauche ich noch ähm das brauchen wir grad nicht warte wir müssen kurz was anbrennen so 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 das überhaupt überleben so äh aah mir geht das fleisch aus mir ist schon das fleisch ausgegangen eigentlich kommen schlachten wir noch ein paar kühe so damit wir überhaupt noch überleben hier war noch letztens mehr oder okay so dann machen wir die noch ab bevor wir gehen weil wir brauchen auf jeden fall nahrung nicht wenn wir jetzt verhungern und dann noch in den tod stürzen das ist echt nicht gut mal gucken ist das jetzt schon fertig nicht schade kommen noch ein paar bretter so kommen wir nach dem weizen ich denke mal ich würde auch das mit der erde tun machen das bisschen zu wenig weizen aber egal wenn wir wieder zurück kommen dann wächst es bestimmt dann fertig gewachsen genau vor mir wächst ein baum so tun wir das mal rein zack oh ja schweinefleisch und rindfleisch super damit uns das nicht zu nerven geht so jetzt sind wir bereit jetzt haben wir die volle motivation oder auch nicht nein spaß ich glaub ja stimmt ich muss ja hier so ein kennzeichen machen sonst komm ich nicht weg ich mach doch lieber mal ein kennzeichen ja oh gott oh mein gott das müsste aber gut zu erkennen sein alter vater einfach nur krass ich habe erst mal gedacht ich sterb wenn ich nicht darauf gekommen wäre auf die blätter so gucken wir mal wo eine schöne höhle ist also ich habe jetzt keinen bock mich durch zu buddeln aber wie ich jetzt gerade sehe ist es eine höhle ja nein ja oder nein so aber ich gehe mal davon aus ja trägt mal lava nicht wenn wir jetzt direkt schon sterben direkt eisen gefunden leute direkt und der scrabble machen wir einfach mal so weg weil ich gehe mal davon aus dann sagt wieso ist er doch wahrscheinlich ist er noch ne leider nicht mehr schade weil ich habe gedacht da wäre schon noch mehr eisen aber leider nicht so eine workbench so herstöcke haben wir nicht mitgenommen das ist ja super ich mache jetzt einfach mal so das ist jetzt totaler blödsinn dass die stein die holz spitzhacke mitgemacht mitgenommen habe so dann noch die schöne fackel weil wir sehen hier ja nix kohle brauchen wir ja schon wieder weil wir bei der letzten vorletzten folge alles verloren haben da haben wir so viel gefunden ich gehe mal davon aus dass man da hier mehr findet oh ja super aber ich sehe es jetzt schon kommt wenn wir länger hier bleiben dann sterben wir auf jeden fall schade hier ist nichts mehr schade hier ist nichts mehr voll krass hier ich meine da kommt sehr viel kohle auf einen fleck die können wir gut gebrauchen fürs anbraten backen kochen alles sogar aufhacken höchstwahrscheinlich aber ich hatte schon mal so einen fall wenn man sich runter gebaut hat also so kohle abbauen oder ähnliches so oder ähnliches dann bin ich mal öfters mal oder schon mal in einer lava reingefallen oder ich habe mal sehr viele materialien verloren indem lava da drunter war und da drüber war halt zum beispiel diamant oder eisen das war ein bisschen ärgerlich ich glaube hier ist gar nichts mehr doch das sind hier schon dunkel turnier ne 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 ich gehe lieber nicht ich gehe lieber nicht und mach das auch lieber immer zu ich sehe es jetzt schon kommen vielleicht können zombies oder sov ne 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 das tue ich mir nicht mehr an Sollen wir uns noch weiter durchbauen, das weiß ich nicht, weil, oh, warte mal, hier ist ja auch noch was, boah, hammergeil, hammergeil, Eisen, so, weil sonst buddeln wir uns da, wo ich das Eisen gefunden habe und weiter durchgebuddelt habe, aber ich denke, hier ist auch Endstation, kommen wir noch kurz die Kohle mit, das macht ja nix, vielleicht finden wir auch noch einen Weg, ach ja, genau, bei der ersten Folge, da ist mir das Wort nicht eingefallen, glaube ich, soweit ich weiß und hab ich immer gesagt, höh, verpiss dich, bitte, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, boah, Alter, ich krieg hier, boah, man, bitte, geht doch, weg, weg, hochsteine haben wir ja genug, können wir uns einen schönen Ofen machen, das ist sehr gut, weil wir dann unser Eisen dann hier reintun können und direkt die Kohle und falls wir dann sterben, dann ist das da drinnen, das ist auf jeden Fall gut, gut eingeplant, ich will nicht wieder sterben, wie bei der letzten Folge, ich will jetzt einfach nur mal überleben und das ist mein Ziel. Aber wenn jetzt auf einmal hinter mir ein Zombie kommt, gell, ich raste aus. Es wird langsam dunkel. Ich hab leider auch keine Lust, eine Mime zu suchen, oder eine Höhle. Ah gut, dass wir noch eine Schaufel dabei haben. Warum, warum finde ich jetzt auf einmal Erde? Da mache ich auch gar nicht mehr weiter, wenn ich jetzt schon Erde finde und so was. Weil ich denke, wir finden schon wieder nichts. Haubbruchsteine brauchen wir ja sowieso. Deswegen buddeln wir uns jetzt mal einfach runter und hoffen mal auf direkte Diamanten. Nein, auf jeden Fall nicht. So, dann muss ich wohl die Eisenspitzhacke benutzen. Was ist das denn? Ist das auch hier zugesandt? Ne, ist auch so wie ein Stein. Ja, holen wir das einfach mal mit. Vielleicht brauchen wir es ja mal. Es ist krass. Ich war... Das ist voll... voll doof. Ich will einfach nur nicht sterben. Aber sicher ist es immer mit einer Fackel hier. Und gut, dass wir die Fackeln immer dabei haben. 31 müssten genügen. Aber wir bauen uns jetzt einfach mal runter und gucken mal, ob wir mal Glück haben oder nicht. Jetzt bauen wir uns hier mal durch. Müssten eigentlich schon genug unten sein. Oder? Warte mal. Ja, ne, komm, machen wir noch. Oh, hier finde ich schon Kohle. Aber ich will ja keine Kohle. Ich will ja mehr Eisen. Ähm... Diamanten werden auch schön. So. Boah, Alter, es ist so eine... Na, wollte ich schon grad sagen. Ich wollte sagen, es ist so schön hell. Und auf einmal... ... ist es dunkel. Ich hab doch Angst vor Dunkeln. Aber auf einmal find ich hier Kohle. Ähm... Auf jeden Fall, wenn unsere... ... Eisen... ... Pickaxe... ... kaputt ist, dann müssen wir... ... auf jeden Fall hoch. Also... Ich hab hier leider auch nix mehr... ... vorrätig... ... an... ... Spitzhacken. Leider. Wir Eisen fahren mussten. Das ging ja auch leider gar nicht. Weil wir bei der... ...letzten Folge gestorben sind. Aber... ... macht ja nix, ne? Wir haben jetzt neues Eisen gefunden. Naja, nicht so viel wie die letzten, aber... ... es ist ja schon immerhin was, ne? ... ähm... ... so. Oh nein! Bitte, 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 bitte! NOOOOO! Scheiße! Das war so klar, dass es passiert! Auf einmal kommt das so ne Lava! Das ist schon wie... Ohoho! Ey, Mann! Und zum Glück ist das hier in der Nähe. Ich hoffe... Ey, warum bin ich eigentlich nicht weiter weggegangen? Vielleicht sind da jetzt schon ein paar Items verbrannt? Och, Mann, ey! Oh, Mann! Das schaffe ich! Ich überlebe das doch gar nicht, dann! Guckt's euch doch mal an! Das überlebe ich nicht! Alter! Ne, das überlebe ich nicht! Fuck! Und das noch in einer Lava! Ah, fuck you! Scheiße, ey! Ich muss... Ich muss was mitnehmen! Fuck, 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 fuck! Schnell! Schnell, 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 schnell! Schnell, 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 schnell! Na, fuck! Hol das doch mit! So! Ey, wir müssen... Wir müssen jetzt! Wir müssen! Wir müssen jetzt! Ey, ich hab nix zu futtern! Das ist so... Das ist so traurig! Boah, ich könnte wieder heulen! Das ist so krass! Stirb doch! Was? Stirb doch! Ja, gut, so! Komm, drei reicht hier! Los, komm! Ja, jetzt! Jetzt aber! Jetzt aber! Die volle Motivation! Die Sachen wieder... Zurück zu gewinnen! Boah, Alter! Das... Das fragt mich jetzt! Wisst ihr was? Besser, als wenn... Die Sachen in der Lava schwimmen! Ja? Das ist mal mega scheiße! Och, Mann! Aber mega scheiße ist es auch, wenn die... Sachen wieder... Deespawn! Heißt das Deespawn? Ja, sagen wir einfach mal Rexpawn! Ja? Das ist... Das ist auf jeden Fall das Wort, das ich am besten kenne! Erstmal hier was futtern, sonst... Ne, 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 ne! Ich will hier nicht sterben! Komm los! Jetzt! Jetzt! Komm! Lauf doch mal ein bisschen schneller, ja? Lauf doch mal ein bisschen schneller! Ja, super! Komm schnell! Lehmregen! Go, go, go! Das ist mal mega scheiße! Okay, so! Okay, so! Jetzt kann ich aber... Ein bisschen safer runter! Aha! Was sehe ich hier? Da ist nochmal Lava! Das ist nicht so gut! Aber wo sind wir hingefallen? Na hier, ne? Aha! Ne, 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 ne! Verpiss dich! So! Guck mal! Guckt... Es euch mal an! Boah! Wir haben unsere Items wieder zurückbekommen! Geilo... Matiko! Ja, genau! Da ist er im Eisen! Er leckt mich am Arsch! Hier! Das ist unglaublich! Einfach unglaublich! Boah! Cool! Was ist denn hier los? Ja! Ich hasse das! Hä? Kann ich das nicht zu machen? Ah doch! So! Geh mal schneller weg! Ich muss hier mal durch! Was? Achso! Boah! Alter! Ich hab grad kein Leben mehr! Äh! Ich würde mal sagen, am besten würden wir hier rausgehen! Weil sonst äh! Äh! Sterben wir äh! Äh! Nochmal! Guck mal! Ich seh! Ich seh! Boah! Ich seh es jetzt schon kommen! Also ich mein, wir sind ja sehr... Nee! Boah! Scheiße! Ich reg' nicht mehr! Ich reg' nicht mehr! Ich reg' nicht mehr! Ich reg' nicht mehr! Scheiße! Alter! Ich komm' hier wieder hoch! Ah fuck! Och man! Lass mich bitte raus! Boah! Alter! Ich muss hier ne Treppe bauen oder so! Es geht gar nicht, ey! Scheiße, Alter! War ja mega heftig! Na gut! Äh! Ich danke! Äh! Also es ist... Ja! Die Folge ist vorbei! Äh! Ich muss schon weinen! Nein! Spaß! Auf jeden Fall! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Und... Wir sehen uns bei der nächsten Folge! Haut rein, Leute!